Wie sind Sie? Schön, wenn es so liegt. Ja, kannst du das machen. Nimmst du die Dachstelle und bist jetzt schon da. Nein, 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 das ist okay. Das ist aufwendig. Also, ich bin ready. Also, ready are we. Kannst du mal mit deinem Sitz ein bisschen hinteren? Ganz ein bisschen hinter. Ja. Ich weiss. Nein, das ist okay. Ist das okay? Gut. Ist es gut? André auch für dich. Also, wir machen nochmal das Ganze, okay? Ja. Also. Ton läuft. Ruhe bitte. Komm mal auf. 18, die erste. Sit. And action. Was ist denn? Das ist jetzt der perfekte Hochzug. Findest du nicht los, Schatz? Aber das ist jetzt wieder los. Was? Was ist jetzt wieder los? Du weißt doch ganz genau, was los ist. Was genau? Du weißt doch ganz genau, dass wir dich so ein Limasin hatte können leisten? Du bist so ein Knauseri. Jedes Mal schaust du auf das Geld und jetzt haben wir so einen Hürenklapp. Was? 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 Das ist jetzt. Das ist aber ein bisschen schattig. Nehmen Sie da. Kann man mal. Nein. Was? Was? Was?